Ein wunderschönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr 2022 und mein Name ist Carlos Martins, wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen heute Morgen auf den DAX 40 hier 15.900 ist die nächste Big Number. Wir haben ein Gap unterhalb des Daily Pivos. Wir versuchen jetzt hier diesen Trade, diese Box als erste zu traden. 15.907 Long und 15.892 würden wir Short gehen. Wir haben eine kleine Kurslücke, die liegt vom letzten Handelstag im alten Jahr bei 15.857 Zähler. Die Wohler Boxen kommen noch rein und wir sehen bei den Wohler Boxen, wo kommt der Markt rein. Der wird bei 15.899 reinkommen. Das wird also ein Big Number Trade werden 80 zu 15.899 und da werden wir also ab 9 Uhr werden die grünen Boxen dort erscheinen. Und noch mal zu den Regeln. Dreimal eine Big Number jeweils pro Level die Wohler Box, solange sie da ist. Meistens bleibt sie eine Stunde dort und die Blue Boxen treten wir, wenn sie auf Minuten kleiner sind als 30. Das heißt hier diese Box haben wir 79. Und wie im alten Jahr und auch in diesem Jahr versuchen wir uns mal die Wettergroßlage uns anzuschauen und ich fange heute an mit DAX und der Zickzack Linie. Wie immer schauen wir auf den gleitenden Durchschnitt und wir sehen wir sind hier nach wie vor im DAX auf Daily Basis Long. Auf vier Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und fünf Minuten aktuell unterhalb des gleitenden Durchschnitts. Das heißt aber auch die Tendenz hier im DAX mit wenig Voluminas in zwischen den Tagen aber Long. Nächster Markt der in unserer Liste ist, Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long und fünf Minuten, fünf Minuten Short. Öl, Daily Short, 4 Stunden Long, 4 Stunden Long und fünf Minuten auch Long. Hier ein bisschen durchwachsendes Bild. Technologie-Bürse, Nasdaq, also Daily Long, also Daily Long, 4 Stunden Long, 30 Long, Stunde Short. Entschuldigung, 30 Short, 15 Short und fünf Minuten auch Short. Hier leitet in Richtung Süden. S&P 500. Daily Long, Daily Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und fünf Minuten auch Short. Dao Jones, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und und fünf Minuten auch Long. Und jetzt gehen wir in die Bitcoins rein. Und jetzt gehen wir in die Bitcoins rein. Bitcoin 46.000, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und fünf Minuten auch Long. Das war jetzt der Forecast. Und wir blicken jetzt um 8.41 Uhr auf die Zahlen, ob der Kurs hier in die Bitcoins reinläuft. Die Trading Range heute Morgen, 7.47 Uhr, das ist in Ordnung. Sehr, sehr gut sogar. Gucken wir mal, wie die Wohler in der ersten neuen Handelswoche aussieht. Sofort. So, es ist 8.51 Uhr und wir schließen und nehmen eine 16er-Box hier. 16er-Box beim Daily Pivo, 15,83 und 70. Das heißt, wir gehen Long, meine Damen und Herren, für die erste Box, 22 bei 15,892 oder Short bei 15,876. Es ist 8.51 Uhr. Es ist 8.52 Uhr. Aktuell Long mit der Blue Box. So, 8.57 Uhr. Wir sind kurz vor unserem Ziel. Und das ist der erste Trade für heute gewesen. Der erste Trade im Jahr 2022. Es ist ein Blue Box Trade gewesen, der 16er-Box. Wir gehen gleich in eine Big Number rein. 15,907 Long und 15,892. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr und ein gesundes neues Jahr. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.